Ich hab tolle Neuigkeiten. Dad, du darfst keinen Ton sagen, wenn ich arbeite. Und schon geht ein weiteres meiner Menschenrechte den Bach runter. Du darfst nur nicht reden, wenn ich das hier tue, okay? Das ist diese neue Software, die alles schreibt, was man ihr sagt. Hier, sag mal was. Test 1, 2, 3. Da steht's. Da steht's. Ja, na klar. Da steht ja, na klar. Okay, ganz gut. Nochmal. Busengapscher. Okay, Programm beendet. Also gut, Dad, ich entnehme meinem Arbeitsmemo hier. Du hast, ähm, große Neuigkeiten. Ja, wir spielen im Seniorencenter ein Theaterstück. Und ich hab's geschafft, dir und Douglas durch meine Beziehung ganz tolle Plätze zu besorgen. Also, du hast keine meiner Vorstellungen besucht, als ich ein Kind war. Da hatte ich viel zu tun, um Geld für dich zu verdienen. Und jetzt hab ich viel zu tun, um es für dich zu verdienen. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, ich hab Talent. Und schäm dich, dass du mich dazu bringst, das zu zahlen. Ich hab Talent. Ich hab Talent.